So liebe Leute, Montagnacht, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzel-Live-Talk-Radio. Freie Themennacht, wie immer montags. Also ihr könnt euch hier bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian at wdr.de. Ich bin gespannt auf meinen ersten Anrufer und der heißt, die heißt Anna. Anna ist 32 Jahre alt. Guten Morgen Anna. Hallo. Hallo. Anna, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich mal als Prostituierte gearbeitet hab. Was für mich persönlich nicht das Schlimmste ist. Nicht das Schlimmste ist? Ja, wie soll ich das ausdrücken? Das Schlimmste ist eigentlich das, was es im Nachhinein in mir halt auslöst. Ja. Sag mir mal, wie lange du als Prostituierte gearbeitet hast und wie alt du da warst. Ich hab vier Jahre lang da gearbeitet und ich hab mit 28 da angefangen, mit 27 da angefangen. Ich bin jetzt seit einem Jahr aus, vor einem Jahr bin ich ausgestiegen. Achso, noch gar nicht so sehr lange. Nein. Wie kam es dazu, dass du ausgestiegen bist? Ähm, ja, ich hab, ähm, ja, aber ich war kurz davor, halt mir selber das Leben zu nehmen. Mhm. Und, ähm. Weil? Weil ich mit der ganzen Situation nicht mehr zurechtgekommen bin. Ich hab meine Familie belogen. Ein Großteil der Familie weiß es immer noch nicht wissen, tun es nur meine Eltern und meine Schwester und meine Tante. Und, ähm, ich kam halt mit der Lügerei nicht mehr, mit der Lügerei einfach nicht mehr klar. Und das Ganze drumherum, die Geschäfte logischerweise waren auch nicht mehr so berauschend. Und, ähm, das, was nicht das Schlimmste war, sondern, ähm, die vielen Männer, mit denen ich halt geschlafen hab. Und, ähm, warst du in der Zeit auch in einer Beziehung? Ja. Und dein Partner wusste Bescheid oder wusste nicht Bescheid? Doch, der wusste, also nicht von Anfang an, aber er wusste im Nachhinein Bescheid, ja. Ich hab ihm das also auch selber gesagt. Bist du heute mit dem Partner noch zusammen? Nein. Ist die Partnerschaft, äh, wegen deiner Tätigkeit als Prostituierte kaputt gegangen? Die war schon vorher nicht mehr in Ordnung, also da waren schon vorher viele Sachen im Unklaren und, ähm, ähm, ja, da hat sie sich natürlich verschlechtert, logischerweise. Ja. Und, ähm, das war aber nicht der letztendliche Grund, warum die kaputt gegangen ist, die Beziehung. Das heißt, du warst damals in der Partnerschaft und hast heimlich angefangen, als Prostituierte zu arbeiten? Ja. Ah ja. Warum hast du überhaupt angefangen, in diesem Gewerbe zu arbeiten? Ja, ich hab, ähm, gespielt im großen Stil, gepokert. Mhm. Und, ähm, mit den falschen Leuten gepokert. Mhm. Und, ähm, ja. Das heißt, da gab es dann Schulden irgendwann, oder? Es gab, ähm, also reichlich Schulden, ja. Und, ähm, mit den Leuten ist auch nicht wirklich zu spaßen. Ja. Gewesen, mit denen ich halt gespielt hab. Das heißt, da standst du so unter Druck, dass du dein Geld zahlen, beziehungsweise zurückzahlen musstest und... Unter androhung körperlicher Gewalt, ja. Und dann kam, bist du auf die Idee gekommen, so zu arbeiten? Nee, auf die Idee sind die gekommen. Ach so. Ich hab gesagt, ich guck mir das an und ich hab mir das dann halt angeguckt und hab mir gedacht, na gut, so schlimm kann das ja nicht sein. Mhm. Aber es war schlimm. Ja. Mhm. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich bin gelernte Altenpflegerin. Ja. Hat aber einen Unfall in meinem Beruf, meine rechte Hand ist kaputt. Mhm. Da hab ich Sensibilitätsstörungen drin und, ähm, seitdem darf ich in dem Beruf nicht mehr arbeiten. Mhm. Du bist seit einem Jahr aus der Prostitution raus, sagst du? Ja. Was machst du, hast du jetzt in diesem Jahr gemacht? Nix. Nix. Und von was lebst du? Ich lebe von Hartz IV. Ja. Hast du denn in der Zeit alles Geld verbraten, was du verdient hast? Ja. Ich hab auch meinem Freund ein sehr angenehmes Leben gemacht, weil ich irgendwie dafür entschädigen wollte, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Also das meiste Geld hab ich eigentlich für meinen Freund ausgegeben. Ich hab ihm mit allen möglichen Wünsche erfüllt. Und, ähm... Spielst du heute auch noch? Nee, gar nicht mehr. Ich rühre auch keine Karten, also wenn überhaupt noch Mau-Mau oder so. Mhm. Aber, ähm, Pokern ist, ähm, ist für mich gestorben. Also das hab ich komplett... Der Ausstieg aus der Prostitution, ist, ist dir der leicht gefallen? War das eine Entscheidung von heute auf morgen? Mhm. Also, ähm, ja und nein. Also, ähm, gespielt hab ich mit dem Gedanken schon länger, aber war natürlich eine Sache des Geldes. Ich hab ja am Anfang, hab ich ja auch nicht schlecht verdient. Und, ähm, nachher wurden die Geschäfte aber halt schlechter und ich hab immer mehr Stunden arbeiten müssen, um auf das Geld zu kommen, was ich haben wollte und was ich brauchte. Und, ähm, ich hab, ähm, wenn ich so an das Geld denke, mir ist das ja viel besser gegangen wie jetzt. Aber, ähm, ja, mir ging's seelisch nicht gut. Und, ähm, das geht's mir heute auch noch nicht wirklich. Genau, so hast du gerade auch unser Gespräch angefangen, dass du sehr unter den Nachwirkungen leidest. Welche Nachwirkungen sind das? Eine Nachwirkung ist zum Beispiel, ähm, ich hab ein geschwörtes Verhältnis zu Männern. Also ich kann, ähm, mit Männern nicht schlafen. Mhm. Hab auch kein Bedürfnis momentan mit denen zu schlafen. Also kein Bedürfnis nach Sexualität? Nein. Nein. Und, ähm, ja und ich... hasse meinen Körper, also meine Wut richtet sich eigentlich gegen meinen Körper. Ich hab seitdem Waschzwang entwickelt, hat sich schon gebessert. Es gibt Tage, da dusche ich mich nur einmal. Es gibt Tage, da dusche ich mich fünfmal. Mhm. Und es, ähm, da dusche ich mich aber auch so heiß, dass ich mir fast die Haut verbrenne. Und, ähm... Das ist ja so, ähm, fast schon ganz naheliegend, was das aussagt, ne? Dass du das von dir wegwaschen willst, was du da die Jahre... äh, äh, übergemacht hast. Ja, wenn es nach mir ging, würde ich am liebsten irgendwie einen anderen Körper haben, der in Anführungszeichen unbefleckt ist. Mhm. Das heißt, äh, in Bezug auf Beziehung und Nähe und Erotik läuft gar nichts im Moment. Ja, ähm, jein. Also ich hab, ähm, ich hab eine Frau kennengelernt, äh, ich war schon vorher bi-sexuell. Mhm. Und ich hab eine Frau kennengelernt, die ich auch sehr, sehr, sehr gern habe. Mhm. Und da hapert's bei mir logischerweise auch ein bisschen, ähm... Das heißt, selbst wenn eine Frau, kannst du keine Sexualität genießen? Jein. Nur, also... Eingeschränkt? Eingeschränkt, ja. Mhm. Also ich kann zwar geben, aber mir fällt es schwer, ähm, ich kann mich nicht fallen lassen und ich kann in Anführungszeichen nicht empfangen. Also ich kann, ähm, ich hab Angst davor, dass derjenige mich, Angst vor Berührung von demjenigen... Mhm. Aber das sind ja so, wie du es jetzt gerade schilderst, der, der, der Waschzwang und auch, äh, diese Geschichte mit der Sexualität, das sind ja schon, äh, ganz klare und laute Warnrufe deiner Psyche. Ja, ich hab mir auch, ich nehme mir auch schon lange vor, zum Psychologen zu gehen. Mhm. Aber was hat dich bisher daran gehindert? Dass ich Angst habe, dass der Mensch mich halt nicht versteht, oder dass der mich auslacht oder, ähm, verachtet für das, was ich getan habe. Und, ähm, deswegen hab ich gedacht, komm, ich hab schon, Domian guck ich eigentlich relativ häufig. Ja. Und, ähm, deswegen hab ich ja kommen, wenn er es schafft, da anzurufen... Ist das schon mal ein erster Schritt? ...irgendwie zu erzählen, dann schaffst du es vielleicht auch, zum Psychologen zu kommen. Ja, finde ich eine sehr richtige und kluge Überlegung. Ähm, weißt du, ich gehe mal davon aus, zu, äh, zu 98 Prozent, dass du auf jemanden stößt, der dich, äh, nicht verachtet oder auslacht. Oder der, äh, oder der, äh, auf keinen Fall schlecht über dich denkt. Das ist nun mal dessen Job. Es gibt da auch, äh, auch Ausnahmen, aber... Ich, äh, ich, äh, würde dir mal so sagen, dass, dass ich fast, fast sicher bin, dass, äh, dass du nicht an eine solche Person gerätst. Ja, das ist halt, das ist halt so meine Angst und überhaupt, ähm... Vielleicht ist es für dich sogar hilfreicher, wenn du zu einer Frau gehen würdest, zu einer Psychologin. Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht. Das müsstest du für dich erst mal so ein bisschen, ähm, äh, austesten, so in der Vorstellung. Ja, ich glaube ja so, ich bin ja komplett geflüchtet irgendwie. Ich wohne nicht mehr in der Stadt, wo ich gewohnt habe. Ich bin also komplett weggezogen. Ich habe gedacht, wenn ich wegziehe, ähm, in Anführungsstrichen würde ich dann auch mal von meinem Problem wegziehen. Ist meistens ein fataler Fehler. Ja. Man nimmt die Probleme mit. Na klar, und, ähm, hier bin ich halt auch von meiner Familie, die hier lebt. Mhm. Ähm, habe ich hier niemanden. Ich habe hier keine Freunde, nichts. Meine Freundin, die wohnt auch etliche Kilometer von mir entfernt. Wir können uns nur alle 14 Tage sehen. Sprichst du mit deiner Freundin offen über deine Vergangenheit? Ja, sie weiß, was ich, äh, sie weiß, was ich gemacht habe. Und sie hat mich auch eigentlich darauf gebracht, hier mal anzurufen. Ja. Also Anna, deine, deine Überlegung, glaube ich, die du gerade formuliert hast, die war gar nicht, gar nicht so unzutreffend. Ich glaube das auch. Wenn man den ersten Schritt geschafft hat und sich getraut hat, hier in einem, in einer öffentlichen Sendung, anzurufen und von etwas sehr schwerwiegendem und intimem zu erzählen, wenn auch anonym, aber trotzdem ist das ja eine große Überwindung, glaube ich schon, dass das der erste Schritt ist. Ja. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, sehr, sehr, sehr ermutigen, jetzt auch weiterzugehen und dir einen guten Psychotherapeuten zu suchen. Denn du brauchst einen. Ich glaube, du brauchst Hilfe. Du brauchst einfach professionellen Beistand für eine gewisse Zeit, wo du viel reden kannst und wo alles so aufgearbeitet wird, was, was dich bewegt. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, aber da habe ich halt, ich habe halt auch Angst, dass alles wieder hochkommt und dass ich da halt dann nicht mit fertig werde und ich bin jetzt auch gerade ziemlich am Zittern, weil mich das halt schon alles für mich mitnimmt. Weißt du, ich glaube, dass die Gefahr größer ist, wenn du es so auf deine Art weiter verdrängst, wird sich das irgendwie über das Unterbewusstsein einen Weg bahnen. Stichwort dein Waschzwang oder auch dein gestörtes Verhältnis zur Sexualität. Der andere Weg ist vielleicht dann nochmal eine Konfrontation mit der Vergangenheit. Aber ich glaube so, ich kann das nur so wiedergeben, was mir Frauen und auch Männer hier erzählt haben, dass es ihnen danach besser geht. Ich hätte, sag ich mal, also jetzt da hinzufahren, wo ich gearbeitet habe, hätte ich kein Problem mit, weil das Arbeit, das sind ja noch in Anführungszeichen Kollegen und so. Also, das ist, also an den Ort des Geschehens, sag ich mal, zurückzufahren, ist nicht das Problem. Ja, das musst du unter Umständen. Das Problem ist einfach, dass alles nochmal, ich habe Angst, dass ich das alles nochmal durcherlebe und dass ich das einfach nicht, dass ich das einfach nicht realisch halt nochmal verpacke. Weil ich habe das so gut eingebuddelt, in Anführungszeichen. Aber jetzt habe ich halt, weil ich hier auch niemanden kenne, sehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Vielleicht ist es auch eine wichtige Frage, welche Art der Psychotherapie du machst in diesem Fall. Und da möchte ich dir eine fachkundige Beratung jetzt anbieten von meiner Psychologin. Es gibt ja verschiedene Formen der Therapie. Und lass dich mal von ihr beraten, sie hat das Gespräch jetzt mitgehört, was für dich vielleicht das Beste wäre, was für dich am passendsten wäre. Und dann kann sie dir auch noch genauere Sachen erzählen, die dir vielleicht auch noch weiter die Angst nehmen, diesen nächsten Schritt zu unternehmen. Ja? Ist in Ordnung. Liebe Anna, schön, dass du angerufen hast und Respekt. Und du legst bitte auf und die Simone, meine Psychologe, ruft dich jetzt gleich an. Gut. Alles Liebe. Ich danke dir, Dominik. Und toi, 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 du schaffst das. Ja, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse domian.wdr.de. Weiter geht es mit der Karin und Karin ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen, Dominik. Guten Morgen, Karin. Und was geht es bei dir? Ich bin total aufgeregt, muss ich dazu sagen. Leg einfach los. Mein Mann ist gestern gestorben. Wir haben dich immer zusammen geguckt, obwohl ich fand immer so die rührenden Themen schöner. Ralf fand immer das, wenn das so ein bisschen was mit Sex zu tun hat, das fand er ziemlich spannend. Ist er plötzlich gestern verstorben? Ja, er war vor Jahren herausgekommen, dass er furchtbar herzkrank ist. Und vor zwei Jahren ist er in Münster operiert worden. Und die Prognosen waren eigentlich gut. Wir mussten ihn immer wieder vorstellen, ambulant. Und das letzte Mal haben sie dann auch gesagt, dass dieser Ring, den sie an der Klappe festgemacht haben, dass das was gebracht hat und dass das seit der Operation ungefähr ein Zentimeter kleiner geworden ist, weil es wohl sehr groß war, auch das Herz. Und die Prognosen waren eigentlich gut. Und Samstag war alles noch völlig in Ordnung. Er war total ausgeglichen. Wir haben schön gemeinsam den Abend verbracht. Und Sonntagmorgen gehe ich zur Toilette, komme zurück und sage, du musst aufstehen, deine Tabletten nehmen. Da liegt der Tod im Bett. Ist er in der Nacht verstorben? Ja, und ich habe es noch nicht mal gemerkt. Ich habe dann meinen Sohn wach gemacht. Wie alt ist der Sohn? Der ist heute 17 geworden. Ja, und der wohnt mit bei euch in der Wohnung oder im Haus? Ja, genau. Und der hat dann auch geguckt und wir haben dann sofort den Rettungswagen gerufen. Der kam auch relativ schnell. Und der sagte dann, dass Ralf schon ungefähr mindestens eine Stunde tot wäre und dass er glaubte, dass es eine Sekundentot gewesen wäre. Aber deswegen rufe ich eigentlich gar nicht an, weil eigentlich ist mir, wie gesagt, ich gucke die Sendung oft und dir werden Sachen erzählt, wo ich manchmal denke, ich wünsche mir, dass sowas passiert und dass sowas wirklich wahr ist. Und jetzt ist mir was passiert und ich möchte einfach, dass du mir deine Meinung dazu sagst. Und wenn der Ralf nicht da war oder so, dann haben wir immer gesagt, wir gucken in den Himmel und suchen den großen Wagen. Und wenn wir den gefunden haben, dann wissen wir, dass der andere an einen denkt. Und seit gestern habe ich gesagt, ich finde das so ungerecht, dass er nicht mehr da ist. Und ich warte so auf ein Zeichen. Und dann habe ich noch zu Jonas gesagt, und wenn er mir nur einen Apfel vom Apfelbaum schmeißt, dass ich weiß, was los ist. Und was soll ich dir sagen, wohin gehe ich raus auf die Terrasse und will mir eine Zigarette rauchen? Der ganze Himmel, total schwarz, nichts. Und auf einmal ist der große Wagen da. Und dann habe ich sofort meinen Sohn rausgerufen und er hat das auch gesehen. Und dann war das ungefähr so, ich sage mal eine Minute vielleicht. Und dann wurde der Himmel wieder ganz schwarz. Und das hat mir so viel Kraft gegeben und ich habe mich so gefreut darüber. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Und das kann man ja auch als Zeichen auffassen. Weißt du, ich bin seit gestern damit beschäftigt, Särge zu kaufen, Grabstätten zu kaufen, was für ein Lied, wie mache ich dieses, wie mache ich jenes. So, dass alle zufrieden sind und dass es auch im Sinne von meinem Mann wäre. Und ich habe das Gefühl, ich funktioniere nur. Zwischenzeitlich muss ich noch Vorbereitungen für den Geburtstag reinschieben. Und auf einmal passiert sowas. Ich habe das Gefühl, ich kriege so viel Kraft. Ja. Das war ein Zeichen von ihm. Ja, so sehe ich das auch. Genau so sehe ich das auch. Und das vermittelt dir Trost. Ja, total. Ja. Ja. Ich gehe morgen dahin, weil ich mich von ihm verabschieden möchte. Und ich hatte heute meine Schwiegereltern und die Geschwister von ihm hingeschickt, weil ich einfach zu feige war. Ich weiß gar nicht, wenn mir das passiert wäre, der hätte sich nie aufhalten lassen, auch wenn das vielleicht schlimm gewesen wäre oder so. Aber weil ich so das Empfinden hatte, dass er gestern Morgen furchtbar aussah, hatte ich eben Angst, da hinzugehen. Und habe gedacht, ich schicke erst mal so eine Vorruhe vor und dann frage ich mal, wie das so ist. Und meine Schwägerin sagte, er hätte so schön ausgesehen und ich bräuchte keine Angst zu haben. Ja. Also er liegt in einem Bestattungsinstitut? Genau. Ja. Genau. Und gehst du mit deinem Sohn zusammen dann in den Raum? Ja. Ich habe, mein Mann hatte einen Sohn aus erster Ehe. Der lebt aber bei uns, seitdem er zwölf ist, den nehme ich auch mit. Wir wollen uns eben zu dritt verabschieden. Und ich wollte mich einfach morgen bei ihm bedanken, weil ich das einfach als Zeichen habe. Insofern finde ich auch gut, dass du das vorhast, dich von ihm zu verabschieden. Ich glaube, das ist ein guter Gang, ein guter Weg, den du da morgen gehst. Und wenn du das auch noch damit verbindest, dass du dich bei ihm bedanken möchtest, ist das sehr richtig, sehr richtig, was du tust. Und weißt du, Karl, wenn du sagst, dass du das Gefühl hast, dass du im Moment nur so funktionierst und alles am Managen bist, das ist so normal. Das ist so normal. Weißt du, Domian, ich habe überhaupt keine Angst davor, dass es finanziell nicht weitergeht oder dass man Holter nicht halten kann. Weißt du, alle sprechen von Zahlen und aber auf der anderen Seite, tu dir erstmal die Ruhe an, stell das hin und an. Ich weiß, dass das bestimmt anders wird, aber ich habe da gar keine Angst vor. Wo ich wirklich Angst vor habe, ist, dass ich, ich kann mir mein Leben nicht vorstellen, ohne dass, dass er mich liebt oder dass er mich in den Arm nimmt oder dass er mich anlächelt. Das ist für mich die absolute Horrorvorstellung. Aber er hat dir vielleicht gesagt, dass er dich liebt, indem er dir den Wagen gezeigt hat. Ja, das ist, deswegen, dachte ich ja, das hat mir so viel Trost gegeben und so eine Kraft, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe, ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich habe so oft versucht, bei dir anzurufen und ich habe um 12 Uhr angerufen und ich bin sofort durchgekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das das zweite Zeichen war, so meine ich das nicht, aber es war mir einfach total wichtig, weil ich deine Sendung sehr schätze und weil ich dich sehr gerne mag, was du mir dazu sagst. Und es freut mich eben, dass du es eigentlich genauso siehst wie mein Sohn und ich. Ja, ich sehe das so. Ich sehe es wirklich so. Und es hat etwas so tief Tröstliches für dich und daher ist es so gut. Und alle anderen Gedanken sind Unsinn, die man dazu denken könnte. Nein, ich würde mich von jemandem kaputt machen lassen, weil ich habe es ja gesehen und es war, ja, es war, eigentlich war es völlig magisch, völlig, völlig, völlig unreal. Aber ich habe es gesehen und mein Sohn hat es eben auch gesehen. Karin, wie lange warst du mit deinem Mann zusammen? Kennen tue ich ihn schon lange, er war schon auf meiner Taufe, aber zusammen sind wir seit 14 Jahren. Er war auf deiner Taufe? Ja. Dann ist er etwas älter als du. Ja, er ist jetzt 47 gewesen. Naja. Weil seine Eltern und meine Eltern waren sehr befreundet und mein Vater war sein Patenonkel und seine Mutter ist meine Patentante. Also alles verwickelt. Als ich getauft worden bin, war er ja schon acht Jahre alt und da war er mit. Ich war auch schon mal verheiratet, er war auch auf meiner ersten Hochzeit. Also wir haben uns eigentlich immer, weil wir uns immer mochten. Also er hat ja ein ganzes Leben begleitet, ne? Und als es damals mit meiner ersten Ehe nicht mehr geklappt hat, ja das war auch, man hatte sich so oft gesehen, man mochte sich und auf einmal war das die Liebe meines Lebens. Ich habe immer gedacht, mein erster Mann war für mich das Größte. Aber als ich Ralf so kennen und lieben gelernt habe, da wusste ich, das ist die Liebe meines Lebens. Und ich habe einfach Angst, dass ich seine Stimme vergesse oder dass ich, dass ich, ich kann das gar nicht beschreiben, ich habe einfach Angst. Ich bin sicher, dass du seine Stimme nie vergessen wirst. Nie wirst du es vergessen. Er wird immer bei dir sein. Und er wird vor allen Dingen jetzt in den schweren Zeiten der nächsten Wochen und Monate, wird er bei dir sein. Und ich glaube wirklich, dass dieses Zeichen, was du da als Zeichen erlebt hast, dir gerade jetzt über die nächsten Wochen, die bestimmt schwer werden, dass du leichter darüber hinweg kommst. Und dass dieses Zeichen dir auf jeden Fall sehr viel Kraft gibt. Ja, das glaube ich ja auch. Das glaube ich, ja, das glaube ich. Habt ihr denn, wo er so krank war, öfters schon mal über das Sterben gesprochen? Ja. Ja. Es war ja auch in Münster damals ziemlich eng, dass die Ärzte gesagt haben, er schafft die Runde nicht. Aber er hat immer gekämpft, er hat gekämpft wie ein Löwe. Und er hat mir oft gesagt, also er war auch eigentlich davon überzeugt, dass er steinalt wird. Und, aber er hat mir immer gesagt, wir haben bei uns in der Stadt einen Hauptfriedhof und einen Friedhof, der direkt an der Autobahnanbindung liegt, so ein ganz kleiner. Und er hat immer gesagt, wenn ich mal irgendwann sterbe, dann möchte ich da liegen, damit ich die Autobahn höre, weil er beruflich viel unterwegs war. Und jetzt bin ich heute im strömenden Regen mit Kindern und meine Mutter hat zum Friedhof gestopft und hab da eben so ein Doppelgrab gekauft. Ja, ich musste so lachen. Ich hab dann da hingeguckt und man kann also selbst die LKWs sehen, die in dem Moment auf die Autobahn auffahren. Und da hab ich gesagt, also wenn ihm das nicht laut genug ist, dann weißt du auch nicht weiter. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich hätte es lieber etwas besinnlicher und ruhiger gehabt. Aber gut, dann haben wir das jetzt so gemacht. Wenn er so wollte, dann ist es richtig so. Ich hab auch, kannst du dir vorstellen, dass man auf einer Trauerfeier Pussycat hört? Ja, kann ich. Das war sein Lied, Georgie. Ja, dann müsst ihr das auch so machen. Ja, nein, machen wir auch so. Ich hab auch gesagt, ich lasse mir da auch nicht von anderen Leuten reinreden, dass das nicht standesgemäß ist oder so. Aber ich weiß, dass es für ihn wichtig ist, wenn man ihn damit verabschiedet. Ich glaube, dass das was wäre, was ihn freuen würde. Ja, mach alles so, wie du denkst, dass er es gar nicht gehabt hätte. Und scher dich wirklich überhaupt nicht um die Meinung anderer Menschen. Überhaupt nicht. Nein, das mache ich auch nicht. Liebe Karin, mein ganz tiefes Mitgefühl. Mein Beileid. Ja, danke schön. Und nochmal, ich glaube, du hast etwas sehr Schönes da auf deinem Balkon erlebt. Ja, glaube ich auch. Ja, das glaube ich. Möchtest du noch ein Gespräch mit der Simone führen? Nee, ich glaube, ich spreche jetzt mit meinem Sohn, der sitzt mir gegenüber. Ja. Und ich denke, dass wir jetzt darüber sprechen. Ja. Dann grüßt du ganz herzlich deinen Sohn von mir. Ja, mache ich. Und ich wünsche euch ganz viel Kraft, ganz viel Kraft für die nächsten Zeiten. Ja, vielen Dank, Domian. Und übrigens, das ist eine wunderschöne Sendung. Ich hoffe, dass es noch lange, lange weiterläuft. Dankeschön, vielen Dank. Tschüss. Alles Liebe, tschüss. Jetzt geht es weiter mit dem Mario. Und Mario ist 20. Guten Morgen, Mario. Guten Morgen, Domian. Ja, Mario. Was ist dein Thema? Ähm, ich habe heute Mist gebaut. Was hast du gemacht? Ich habe heute meine Freundin bedroht. Mhm. Und. Erzähl mal. Ja. Mit wem? Mit einer Freundin von ihr und von mir. Eine gemeinsame Bekannte? Ja. Eine gemeinsame Freundin? Ja, ganz genau. Wie ist es dazu gekommen? Also gekommen ist es dazu, dass, also um kurz mal zurückzugehen, vor zwei Wochen bin ich nach Hamburg gegangen, um ein Wartesemester zu überbrücken. Ich wohne jetzt selber bei Verwandten, die momentan in Urlaub sind, vor zwei Wochen. In Hamburg? Ja. Und, ähm, ich habe sozusagen ihr Haus jetzt momentan alleine, ich bin alleine hier in dem Haus. Mhm. Und wir wollten uns heute halt einen schönen Abend machen und zusammen essen, weil sie heute frei hatte. Also Moment, du bist jetzt bei den Verwandten im Haus und deine Freundin ist auch da oder wer ist da? Ja, meine Freundin ist auch da. Die Freundin ist auch in dem Haus. Ihr seid alleine in dem Haus. Genau. Und wir wollten halt mit der Beatrice, also mit der Freundin von uns zusammen essen. Mhm. Also einfach nur auf den, auf das gemeinsame Zusammensein hier in Hamburg. Mhm. Und ja, meine Freundin, die arbeitet im Supermarkt als Aushilfe, ebenfalls um ihr Wartesemester zu überbrücken, hatte eigentlich heute frei gehabt, wurde dann aber, ähm, angerufen, weil sie noch einspringen sollte, für jemanden. Ja. Und wir verblieben dann so, dass ich sagte, ja, ähm, geh ruhig, wir machen das Essen so weit fertig und wenn du heute Abend kommst, oder je nachdem, wann du Schluss hast, ähm, essen wir dann zusammen und machen uns einen schönen Abend. Mhm. Ja. Und ich hab mich scheiße verhalten, richtig scheiße verhalten. Ja, Mensch, das war deine Freundin, war auf der Arbeit. Ja. Und du hast mit der, mit der gemeinsamen bekannten Freundin gekocht. Ja. Oder erst mal dir das Essen vorbereitet. Ja. Und dann ist es währenddessen oder danach? Währenddessen passiert. Währenddessen ist es passiert. Ja. Und dann kam deine Freundin irgendwann nach Hause? Ja, wir, also wir haben, das Haus ist dreistöckig. Ja. Und wir waren in der ersten Etage. Wir haben nicht gehört, wie sie reingekommen ist. Ich hatte nur gehört, wie sie dann die Treppe hochkommt, weil sie uns gesucht hat. Und während wir dann halt aufgesprungen sind und ich die Tür aufmachen wollte, um zu gucken, wo sie schon ist, stand sie dann schon vor der Tür und... Ach, die hat euch auch noch erwischt? Ja. Die hat euch auch noch erwischt? Ach du Liebe. Deswegen... Warum, Mario? Was ist da... Du warst nicht betrunken? Nee, nee, ich war... Wer hat denn den ersten Schritt gemacht? Sie, Beatrice. Aber du hast mitgemacht. Ich hab... Ja. Ich gehöre immer zu... Ja, ja. In den... Das sind doch dann so Sekunden, wo eine ganze Menge im Kopf abgeht. Warum hast du mitgemacht? Weil... Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Du findest diese Freundin sehr attraktiv? Ja. Wie lange bist du mit deiner Freundin schon zusammen? Also wir sind jetzt seit neun Monaten zusammen. Auch noch nicht lange? Auch noch nicht lange, aber... Aber ich... Es sollten noch... Es sollten noch weitere Monate folgen. Ja. Also wir waren wirklich... Also... Wen findest du attraktiver? Deine Freundin oder diese Beatrix? Ganz ehrlich jetzt? Zu mir. Also sie sind beide top Mädchen, also... Also Beatrice war für den Moment da und ihre Reize waren da und ihre Anspielungen waren da und ich hab die... Ich war nicht stark genug, sie nicht zu erwidern. Ja. Die Sexualität mit deiner Freundin bisher, war die okay für dich? Die beste. Die beste, die ich ja hatte. Ja. So. Jetzt hat deine Freundin euch erwischt. Wie hat... Wie hat sie reagiert? Ja. Also wie gesagt, ich hab die Tür aufgemacht und sie stand schon in der Tür dann. Also sie wollte eben auch gerade die Tür aufmachen. Und Beatrice hat im Hintergrund noch... Also etwas unbekleidet bestanden. Gestanden meine ich. Ja. Und ihr erster Blick fiel auf Beatrice. Dann auf mich. Und dann war auch schon die erste Aufmerksamkeit da. Für dich? Für mich. Hat sie denn was gesagt danach? Sie hat, naja, sie hat Beatrice rausgeschmissen. Ah. Also, also okay, verständlich. Sie wird greifen, hat sie rausgeschmissen. Ja. Ich bin hinterher, wir sind die Treppen wieder runter. Und da unten, als Beatrice schon draußen war, ja, hab ich dann halt den Schuhschrank abgekriegt, die Hälfte davon. Die Jacken wurden runtergerissen. Und, ja. Habt ihr denn da noch geredet? Nein. Nein. Sie ist ja momentan noch im Haus, aber sie hat sich eben oben in der obersten Etage eingesperrt. Muss ich einfach so sagen, auch wie sie sich anhört. Und? Sie hat sich da eingesperrt und ich komme nicht mehr an sie ran. Und du bist unten im ersten Stock oder was? Ich bin unten in der Stube, ja. Also. Und ich meine, ich weiß auch nicht wohin, weil ich bin, wie gesagt, in der Stadt nach Hamburg gekommen. Mhm. Und ich kann ja nicht einfach jetzt durch Hamburg ran oder irgendwie meine Mutter anrufen oder... Mhm. Ich kann sie auch nicht alleine lassen hier in dem Haus. Mhm. Möchte ich auch nicht. Nein, nein. Ich meine, über kurz oder lang, morgen, irgendwann, übermorgen, werdet ihr euch ja über den Weg laufen. Ja. Sie muss da ja raus. Sie muss ja runter von oben. Ja. Bereust du es, was passiert ist? Auf jeden Fall. Also ich meine... Es war auch nur eine reine Sexgeschichte. Da sind keine Gefühle im Spiel zu der anderen Frau. Nein. Nein. Mhm. Ich wurde auch schon von deinen Mitarbeitern gefragt, warum ich das gemacht habe. Ich habe gesagt, weil ich ein Arsch bin. Es ist auch einfach so. Ich meine, ich rauche jetzt mittlerweile schon die fünfte Zigarette nacheinander. Meine Stimme ist zittrig und ich weiß nicht mehr. Ja. Situation ist ernst. Ich meine, mehr als das, was du gerade getan hast. Oder was du sagst, kannst du nicht sagen. Nämlich, dass du es extrem bereust, dass du dich sehr verurteilst. Oh, ja. Und wenn sie das nicht annimmt, hast du das in dem heftigen Durcheinander ihr gesagt, dass es ihr leid tut? Oder ging das gar nicht? Ja, doch. Ich meine, sie war ja noch, sie ist ja nicht gleich hoch und hat nicht mehr auf mich gehört. Ich meine, ich habe ihr noch halt gesagt, dass es mir leid tut. So, jetzt wäre es natürlich genial oder gut, wenn morgen ein Gespräch stattfinden könnte, wenn sie mit dir redet, wenn sie dazu bereit ist. Es kann auch sein, dass sie so aufgebracht immer noch ist, dass sie nicht mit dir redet. Dann musst du das nochmal sagen und musst du mit allem, was dir zur Verfügung steht, um Verzeihung bitten. Das ist echt, ja. So, mehr kannst du nicht tun. Aber das ist zu wenig. Was? Ich denke, das ist zu wenig. Ja, was willst du machen? Ich weiß es nicht. Was willst du machen? Es geht darum, dass, wenn... Ich meine, Domian, sie hat uns fast im Fraganti erwischt. Und alles, was ich ihr jetzt entgegenbringen kann, tut mir leid. Du kannst dir jetzt keine Geschenke machen oder irgendwas. Das ist auch albern. Ja. Es geht jetzt darum, dass da, wenn überhaupt, dass da Vertrauen wieder irgendwie, oder ein Verzeihen kommt. Ich wüsste jetzt nicht, was für eine Riesenaktion du starten könntest, um ihr, deine Liebe zu zeigen. Ja, vielleicht irgendwas ganz Tolles und Verrücktes. Ob das dann ausreicht, weiß ich nicht. Ja. Meinst du, dass der Zufall es vielleicht wollte, dass sie diese Sendung sieht? Ich weiß ja gar nicht, ob sie jetzt überhaupt zuguckt. Ja. Naja, das wäre ja auch dann ein besonderer Zufall. Ja. Also ich komme seit vier, fünf Stunden nicht mehr an sie ran. Mhm. Ich höre oben auch nichts mehr. Also, okay, vorhin, ja, okay, da hat sie geweint, das habe ich gehört. Ja, sie hat die Tür zugeschlossen oben, man kommt da nicht rein. Ich komme nicht rein. So, jetzt schreib ihr doch mal, schreib ihr doch mal was und schieb ihr das unter der Tür her. Ja. Damit du ein bisschen was tust. Schreib ihr auf, schreib ihr dein Herz auf, was gerade in dir vorgeht. Alles. Und schiebst drunter her. Ja. Da hast du schon mal was gemacht. Ja. So, und es spricht auch nichts dagegen, dass du dir irgendeine nette, charmante Aktion ausdenkst. Ja. Fällt mir jetzt gerade im Moment auch nichts ein, aber irgendwas ganz Nettes und Tolles, wo man dann vielleicht schon beeindruckt ist oder schmunzeln muss. Ob das nutzt, weiß ich nicht, aber schaden kann es auch nichts. Naja, das ist richtig. Das ist nur so ein verdammt ekliger, schwieriger Fehler, den ich da geblieben habe. Ja, und so sinnlos. Ja. Weil der ist, wir sagen das mal ganz platt und vulgär, der ist die Geilheit mit dir durchgegangen. Ja. Ja. Ne, so ist es. So kann man, ja, so ist es auch. Ja. Obwohl du gar nicht im Notstand lebst. Du hast eine tolle Freundin. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, sie ist auf jeden Fall toll. Mhm. Und wenn ich mich jetzt nicht zusammenreißen würde, würde ich es sogar anfangen zu flennen, weil es mir so weh tut. Mhm. Ja. Wäre ja auch okay. Wäre ja nicht schlimm, wenn du heulen würdest. Magi, schreib es im Brief. Schreib auf, was gerade in dir vorgeht. Und dann überleg dir was. Vielleicht kannst du sie, ich kenne sie ja nicht, was sie gerne mag oder worauf sie steht oder wie auch immer. Ja. Und den Rest musst du dann ihr überlassen, ob sie dir eine Chance gibt. Das sehe ich auch so. Also ich, ja, das sehe ich auch so. Sie fährt sie jetzt nicht, nein, sie hat da, ähm, sie, also ja, es ist jetzt überlassen, denke ich mal. Genau. Du darfst ja auch nicht zu sehr bedrängen. Ja. Ja. Du kannst jetzt ruhig was machen, das finde ich auch okay, aber das darf jetzt nicht hysterisch sein. Ja. Weil du kannst, äh, zwingen kannst du es nicht. Nein. Das musst du hier entscheiden. Absolut nicht. Ich meine, ich hätte, ich hätte vorhin auch noch die ganze Zeit vor der Tür stehen können und, und, und sie fragen können, warum sie nicht aufmacht, aber ich meine, das hat ja keinen Sinn. Nein, 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 nein. Mein Lieber, dann mal los. Denk dir was aus und schreib. Das, danke so mehr, dass du mir zugehört hast. Ja. Es ist, es ist wieder so eine typische blöde Sache, die irgendein Typ macht oder irgendein Mann macht. Ja. Es ist, ja, es ist scheiße. Aber passiert. Ja. So, toi, toi, toi. Danke. Dass dich doch alles wieder einregt. Alles Gute. Danke sehr. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, morgen ist Thementag für uns. Morgen heißt unser Thema, ähm, ich habe kein Mitleid. Ich habe kein Mitgefühl. Ich habe kein Mitgefühl, heißt das Thema. Äh, ich möchte mit Menschen sprechen, die generell kein oder kaum Mitgefühl empfinden können, auch wenn etwas ganz Schlimmes in ihrer Umgebung, äh, und in ihrem Umfeldperkennung ist. Und, was passiert ist, entweder war das immer schon so, dass ihr vielleicht so auf die Welt gekommen seid und euch über euch selbst wundert, dass ihr irgendwie, dass euch alles irgendwie so kalt lässt, selbst die größten Dramen. Oder vielleicht ist das ausgelöst worden durch irgendeinen Vorfall, einen Schock vielleicht. Dann möchte ich auch gerne mit, mit Leuten reden, äh, die mit einer ganz speziellen Person kein Mitleid und kein Mitgefühl haben, obwohl alle anderen Mitgefühl mit dieser Person haben. Also, ich habe kein Mitgefühl, das ist unser Thema morgen. Wenn ihr euch gerne anmelden möchtet, dann macht das per Mail, rund um die Uhr oder ruft morgen eine Stunde vor der Sendung ab 0 Uhr an. Interessant wäre es vielleicht auch noch mit Leuten zu sprechen, die sich ihr, äh, ihr Mitgefühl abtrainiert haben, um sich selbst zu schützen. Vielleicht Menschen, die in extremen Berufen arbeiten, im Rettungsdienst oder in Pflegeberufen, die einfach sagen, ich kann nicht immer Mitgefühl haben, sonst, äh, gehe ich dabei vor die Hunde. Ist sicherlich auch noch ein Aspekt morgen für die Sendung. Ich habe kein Mitgefühl, unser Thema morgen. Heute Freitimennacht, wie immer montags und ich freue mich über eure Anrufe und begrüße herzlich jetzt den André und André ist 18. Guten Morgen. Hallo André. Guten Morgen, Domian. André, was ist los? Ja, also, meine Mutter hatte vor einem Jahr im August einen Schlaganfall. Seitdem, also, sie hatte dann eine schwere Operation, ihr wurde circa, ja, eine Handgroß, ähm, Schädeldecke entfernt, um den Druck zu entfernen. Danach war halt die Lebenschance ziemlich gering so und ich war halt ziemlich am Boden und dann hat meine Schwester sie zu sich genommen nach einer erfolglosen Reha. Also, sie hat es nicht wirklich geschafft, sie kann nur den rechten Arm bewegen und das war's. Ist sie denn geistig, fit und klar oder gibt es da auch Schwierigkeiten? Also, sie weiß noch, was vor 20 Jahren passiert ist, aber wenn man ihr sagt, ähm, es gibt Essen, äh, keine fünf Minuten später, ähm... Hat sie es vergessen? Hat sie es vergessen. Ja. Sitzt sie im Rollstuhl? Nein, sie, sie kann gar nicht aufrecht sitzen, sie liegt den ganzen Tag im Bett und guckt an der Decke. Wie alt ist sie? 56. 56. Mhm. Und sie lebt jetzt bei deiner Schwester? Nicht mehr. Sie wurde, ähm, nachdem die Schädeldecke wieder eingesetzt worden ist, äh, ist meine Schwester hingefahren und hat gesagt, ähm, du kannst jetzt nicht mehr zurück, äh, du musst wieder, äh, du musst ins Pflegeheim, weil, äh, das Zimmer, das Krankenhaus umräumen worden. Mhm. Da ist jetzt wieder das Doppelbett drin und das, äh, machen wir jetzt nicht, wie du kommst ins Pflegeheim, so. Und dann hat meine Mutter, das wollte sie eigentlich gar nicht und dann ist halt ins Pflegeheim gekommen, jetzt gefällt sie da, es ist auch schön für sie, ist, ist auch alles okay, aber naja, es war halt nicht so schön von meiner Schwester. Wie alt ist deine Schwester? Ähm, 32, 33. Ja. Meine Mutter hat nur Pflegegeldstufe 2 gekriegt und das war meiner Schwester anscheinend nicht genug und sie musste noch draufzahlen und, äh, deswegen hat sie sie da halt auch geschoben. So siehst du das? Ja, so sehe ich das. Anderen Grund sehe ich nicht, weil... Aber deiner Mutter geht es jetzt in dem Heim, in dem sie liegt, äh, also sie fühlt sich dort wohl? Ja, auf jeden Fall. Also sie kommt da sehr gut zurecht mit den Pflegern und... Wohnst du in der Nähe dieses Heims? Nein, ich wohne weiter weg. Wie viele Kilometer entfernt? Rund 25 Kilometer. Naja gut, das geht ja noch. Ja, aber die Busverbindungen sind nicht gerade so präkelnd. Ja, das heißt, du kannst auch nicht, du fährst nicht so oft dorthin? Ne, ich versuche, wenn mein Vater hier ist am Wochenende, dass er, wenn er ausgeschlossen ist am Sonntag, äh, da hinzufahren. Ansonsten mit Freunden, wenn die mal ein Auto haben. Die meisten Freunde von mir haben noch nicht so viele Autos. Lebten deine Eltern denn zusammen, als das passiert ist? Ja, sie lebten zusammen. Ja. Also, und... Aber auch nicht wirklich glücklich, eigentlich mehr gezwungenermaßen, so war ich das eben. Also keine glückliche Ehe? Ne, auch gar nicht. Ne, und es gibt zwei Kinder, dich und deine ältere Schwester? Richtig. Ja. Wenn du sie besuchst, erkennt sie dich? Ja, klar. Das schon. Sie erkennt alle Leute von damals, also sie weiß alles von damals. Keine Ahnung, die können mir jetzt mal sagen, wo die Handtücher liegen im Regal. Mhm. Und ist die Perspektive denn so, dass sie immer liegen wird müssen, oder gibt es Hoffnung, dass sie sich vielleicht noch mehr erholt? Es gab die Hoffnung halt in dieser Reha, aber da hat man alles versucht und meine Mutter, ich weiß nicht, ob sie wirklich alles gegeben hat. Und ich hab, also ich bin jede Woche, wo sie in der Reha lag, nach Aachen halt hingefahren, beziehungsweise, ne, noch ein bisschen weiter, glaube ich. Ja, ist ja egal. Und dann, äh, hat halt trotzdem nichts gebracht. Aber ich hab gedacht, ich kann ja halt so ein bisschen Mut machen oder sonst was, wenn ich halt da bin, weil ich war eigentlich ihr Lebenshalte, und sie war meine. Mhm. Und das ist halt damals kurz passiert, bevor ich auch die Gymnasium gewechselt hab. Mhm. Und ich hab die Elf komplett verwendet. Klar, wenn sowas passiert ist, dass man, dass man da nicht mehr an die Schule denken kann, ist auch, ist auch normal. Wie sieht denn das im Moment aus mit Schule bei dir? Ja, eben deswegen, ich hab das Gefühl, dass es genau wieder so läuft. Also ist so dein Leben ziemlich durcheinander? Ja. Mhm. Äh, aber du bist noch auf der Schule? Ja, ich bin noch auf der Schule. Ja, welcher, welche Stufe? Äh, Elf. Elf, mhm. Im zweiten Mal. Und du wohnst zu Hause bei deinem Vater? Richtig. Ist der so viel da und kümmert der sich so um dich, oder? Nee, der ist nicht da, weil der ist jetzt wieder Fernfahrer, also, jetzt nicht mehr so Italien oder so, aber in Deutschland und er ist halt trotzdem nicht oft zu Hause. Jetzt heute ist er auch nicht da, er ist den ganzen Tag und die Nacht jetzt wieder weg. Ach, das heißt, du musst dich da nur allein versorgen und deinen kleinen Haushalt schmeißen und so weiter? Ja, ich sag mal so, ich geh morgens, also bin ich, ähm, also, geh ich mit dem Hund morgens bei der Schule, dann komm ich nachmittags nach Hause, geh ich wieder mit dem Hund und deswegen hab ich auch nicht die Zeit im Bus. Ähm, zwei Stunden hin, eine Stunde da zu bleiben, wieder zwei Stunden zurück, das ist einfach zeitlich nicht drin. Verstehe. Weil den kann ich nicht hier lassen. Hast du eine Freundin? Nee. Warum lachst du? Äh, einfach so habe ich schon lange nicht. Da steht ja gar nicht der Sinn nach im Moment, in all dem Problem. Jo. Mhm. Ich kann mir das so gut vorstellen, André, dass dich das absolut umgehauen hat. Und vor allen Dingen, du warst so jung, als das passiert ist. Und stehst ja hilflos daneben, wenn deine Schwester deine Mutter abschiebt und du kannst nichts machen. Ja, vor allen Dingen, meine Schwester hat ja dann die Verfügung über meine Mutter bekommen und hat damit alle Verträge, alles hier gekündigt. Damit hatte ich hier kein Festnetztelefon, kein Handy, kein Internet, gar nichts. Und das konnte sie? Da konnte der Vater nicht einschreiten? Nee, konnte der nicht. Mhm. Weil der offiziell ist ja irgendwie nicht in meiner Geburtsurkunde oder sowas. Ach so, alles kompliziert. Ja, das ist echt ein Scheiß. Jetzt lass uns mal, die Situation ist wirklich traurig und sehr ernst, aber lass uns trotzdem mal versuchen, ein bisschen das Gute zu sehen. Das Gute ist, dass deine Mutter sich in dem Heim gut aufgehoben fühlt. Vielleicht ist das sogar besser für sie, dass sie da ist, als wenn sie bei der Tochter wäre und sie hätte das Gefühl, dass sie da nur zur Last fällt. Nee, das hatte sie auch nicht, weil meine Mutter hat sie wirklich nicht oft so bedrängt. Also meine, ich sag mal, meine Nichte, sie war halt auch ziemlich oft bei meiner Mutter im Zimmer und hat mit ihr geredet und so. Naja, ich meine, aber vielleicht ist es für deine Mama wirklich so entspannter, als wenn sie das Gefühl hat, irgendwie sie... Ich glaube, das wäre besser, wenn für sie die Familie und so, das war für sie eigentlich immer das Ein und Alles. Jetzt, weiß ich nicht, kriegst du ein paar Anrufe am Tag oder so und dann... Ja, aber ich halte es nochmal fest. Du hast es ja so gesagt, sie fühlt sich da mit den Umständen entsprechend ganz wohl. Ja. So. Und du hast mir gesagt, dass du ein wichtiger Punkt in ihrem Leben warst oder bist. Ja. Dass du... Ihr Sohn, André, ist was ganz Wichtiges für sie. Und umgekehrt genauso. Deine Mutter ist für dich ganz wichtig. Ja. So. Weißt du, dass du auf dieser Grundlage musst du jetzt den Arsch hochkriegen. Damit du etwas machst, worauf deine Mutter stolz sein kann und worüber sie sich freut. Wenn deine Mutter mitbekommt, dass du in der Schule wieder anziehst und irgendwann ein Abitur machst, ist das für sie eine wahnsinnige Freude in ihrem Krankenbett, wenn sie das hört. Ich weiß, dass dir das sehr schwerfällt im Moment. Aber versuch dich doch mal mit dem Gedanken zu motivieren, dass du das für deine Mutter tust. Dass du ihr ein Geschenk damit machst. Und ein irres Geschenk. Denn wenn du jetzt auch noch weiter irgendwie absackst, ist das für deine Mutter eine absolute Katastrophe, wo sie dir nicht mehr helfen kann. Richtig. Aber wenn du nach oben steigst jetzt, wenn es dir auch noch so schwerfällt, ist das für dich erstmal persönlich ein toller Erfolg? Und du kannst deiner Mutter ein irres Geschenk machen. Meine Mutter hat nichts von dem Abitur. Sie hat davon nichts. Also ehrlich, ich habe einen sehr guten Realschulabschuss. Also der reicht mir im Prinzip. Und ich sitze im Unterricht und ich setze mir einfach vor, wie meine Mutter den ganzen Tag nur die Decke angucken muss. Und dann ist alles besser. Aber dennoch, André, meinst du nicht, dass deine Mutter sich freuen würde, wenn du Abitur machen würdest? Sie würde sich viel mehr freuen, wenn ich so in die Uhr da werde. Sie würde sich viel mehr freuen, als wenn ich mein Abitur mache. Ich weiß ja nicht, wie lange sie in dem Zustand noch da machen kann. Ja, also natürlich würde sie sich freuen, wenn du immer auf da wärst, das ist klar. Aber sie würde sich auch freuen, wenn sie merkt, dass du die Zeit, wo du nicht bei ihr bist, dass du die gut nutzt, wenn du ihr das immer erzählst, was du machst und was du versuchst in der Schule hinzukriegen. Hast du denn jemanden, mit dem du dich mal so richtig ausquatschen kannst ab und zu? Ich hab gar keinen. Gar keinen? Meine Schwester hat mich um drei noch verklagt. Ich musste, ich sag mal, in der Zeit, wo niemand hier war, da hat meine Schwester mir drei Monate lang mein Kindergeld nicht ausgezahlt, da musste ich hier mit Toast, Brot und Magie durchs Leben kommen. Und ich meine, das ist kein Leben, ey. Und wenn meine Mutter nicht mehr, dann wäre ich auch nicht mehr. Also, das ist ganz klar, weil das ist der einzige Grund, warum ich noch am Leben bin eigentlich. Weil wenn ich mich jetzt damals rumgebracht hätte, so wie ich es vorhatte, dann wäre meine Mutter auch draufgegangen, das weiß ich. Und das wollte ich nicht. Also, ich sag's dir nochmal, ich glaube, ohne jetzt die Einzelheiten zu kennen, dass die beste Medizin und der beste Trost für deine Mutter ist, wenn du einigermaßen stabil bist, wenn es dir einigermaßen gut geht. Ja, aber ich hab hier immer so mit meiner Mutter irgendwie mich ausgesprochen, mein Vater war ja nie da. Weißt du was, André, wir werden jetzt mal im Hintergrund mal überlegen, ich weiß nicht, wohnst du in einem kleinen oder größeren Ort? Nee, das ist schon ein größerer Ort. So, das ist schon mal ganz gut. Wir werden jetzt mal im Hintergrund überlegen, dass du einen Ansprechpartner findest, mit dem du erst mal so relativ regelmäßig all deine Probleme bequatschen kannst. Das finde ich schon mal einen wichtigen ersten Schritt. Und das andere musst du dann sehen, dass du es aus deiner eigenen Kraft heraus schaffst. Du darfst nicht weiter absacken. Das darf nicht passieren. Das würde deine Mutter nie wollen, dass ihr lieber Sohn, dass es ihm schlechter geht. Aber ich verstehe auch, dass du das alleine schaffst. Die Situation ist wirklich ernst, wie du sie gerade erklärt hast. Ja, und ich wollte damals schon anrufen, nur ich hatte damals kein Handy, gar nichts und ich konnte es einfach nicht. Jetzt sind unsere Möglichkeiten natürlich auch wirklich beschränkt. Aber dennoch, wenn wir das jetzt mal versuchen, du kennst das ja, also du legst jetzt gleich auf und dann wirst du von uns wieder zurückgerufen, von der Simone. Und dann wird die Simone mal mit dir gemeinsam überlegen, dass du einen festen Ansprechpartner bekommst, erst mal zum gemeinsamen Reden. André, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar, wir holen schon mal Stift und so aus. Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Alles klar, danke schön. Und du machst echt eine tolle Sendung und bleibst so, wie du bist. Danke, André. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Nochmal an dieser Stelle unser Hinweis für unser Thema Morgen. Das Thema Morgen heißt, ich habe kein Mitgefühl. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von sich aus so selbst sagen, ich bin eigentlich wie ein Eisklotz, aber ich kann nichts dafür. Es passieren in meiner Umgebung manchmal ganz schlimme Sachen, aber ich kann nicht mitfühlen. Ich habe auch kein Mitleid. Ich möchte mit Menschen sprechen, die das vielleicht immer schon in ihrem Leben so wahrgenommen haben an sich oder die durch ein Ereignis, vielleicht durch einen Schock so geworden sind. Dann würde ich auch gerne noch reden mit Leuten, die bezogen auf eine bestimmte Person kein Mitgefühl empfinden können, wo alle anderen sagen, mein Gott, das ist doch ganz schlimm und traurig, aber ihr sagt, nein, für den habe ich kein Mitgefühl und kein Mitleid. Ihr könnt rund um die Uhr mailen, wie immer. Wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer in die Mail reinschreiben oder ihr ruft an morgen ab 0 Uhr. Da sind ja unsere Leitungen hier schon geschaltet. Hier ist Daniel. Daniel ist 26 Jahre alt. Guten Morgen, Daniel. Ja, guten Morgen, Domian. Daniel. Um was geht es bei dir? Wir hatten am Freitag schon mal miteinander gesprochen. Und zwar ging es darum, wegen meiner Mutter, die nach 15 Jahren wieder getroffen hat. Ja, im Supermarkt. Richtig. Du hast sie im Supermarkt getroffen, ja? Ja, richtig, genau. Nach 15 Jahren, so war es, ne? 15 Jahren. Genau. Und jetzt habe ich es auf die Harte Tour probiert. Ach, ja, wir haben ja darüber beraten, du wolltest sie ja irgendwie doch treffen. Ja. Und war es irgendwie so der, ich habe den Eindruck gehabt, du wolltest sie ja vielleicht auch erst mal schreiben und ihr die Möglichkeit geben, dass sie sich dann zurückmeldet. Genau. Und ich habe es jetzt auf die Harte Tour gemacht. Und zwar bin ich mit meiner Frau und meinem Sohn hingegangen. Weil du weißt auch, wo sie, du hast es rausbekommen, wo sie wohnt? Ja, richtig, genau. Und habe einfach mal geklingelt. Und sie hat dann die Tour losgemacht. Ja. Und war dann auch erst ganz verdutzt und hatte ich gar nicht gewusst, dass ich sie überhaupt bin. Ne, die hatte ich natürlich nicht erkannt. Ne, absolut nicht. 15 Jahre, du bist jetzt 26, 15 Jahre zurück, da verändert man sich. Ja, kann man wohl sagen, ja. Und du standst mit deiner Frau und deinem Kind dort? Genau. Und dann fragt sie mich, also wer seid ihr denn eigentlich? Dann habe ich gesagt, ich bin dann so. Ja, und da hat sie mich dann erst mal verdutzt geguckt und habe sich dann aber auch sehr gefreut. Also ich ist nur mir in den Hals gefallen. Und wir haben auch Kaffee zusammen getrunken. Das heißt, ihr durftet dann reinkommen? Ja, richtig. Ich habe uns eingebildet. Wohnte sie allein oder mit einem Partner? Nein, sie hat einen Partner und vier Kinder. Und vier Kinder und die waren auch alle da? Die waren auch alle da, ja. Zwei sind fast erwachsen, eine ist 15, eine ist 16. Und zwei kleine Zwillinge hat das auch noch. Und dein Kind ist ja auch noch ganz klein, ne? Der ist auch noch ganz klein, der ist 14 Monate. 14 Monate. Ja. Ja Mensch, dann sitzt man da am Kaffeetisch in einer völlig fremden Familie vor der eigenen Mutter. Was redet man da? Ja, was redet man da? Also ich habe zuerst mal gefragt, was sie die ganze Zeit gemacht hat. Also ich weiß, dass sie zehn Jahre aus dem Ort weggezogen ist. Und die hat ca. 50 Kilometer entfernt gewohnt. Hat auch, so wie ich mitgeschrieben, versucht Kontakt aufzunehmen mit mir. Das war ja der Punkt. Wir haben da frei darüber gesprochen. Richtig. Da hörte sich das so an, als hätte deine Mutter dich komplett verlassen. Richtig, das ist aber nicht ganz so gewesen. Ah. Also sie hat versucht, über meinen Vater Kontakt aufzunehmen. Aber mein Vater hat sie so abgeblockt, dass sie gedacht hat, dass wir gar nichts mit ihr zu tun haben wollen. Und dann hat sie es auch immer sein gelassen. Aus Angst vor meinem Vater. Hast du es ihr geglaubt oder war es eine Ausrede? Also sie hat es mir sehr glaubwürdig rübergebracht. Also ich habe es erst mal geglaubt, auf jeden Fall. Hast du denn das Gefühl gehabt, als sie dann kapiert hat, da im Flur an der Tür, wer du bist, dass sie mir geschockt oder einfach irre sich gefreut hat? Also ich habe das Gefühl, dass sie sich sehr gefreut hat. Wie lange wart ihr da? Wir waren eine Stunde da. So, und dann geht man nach einer Stunde raus. Da ist man ja erst mal völlig benommen wahrscheinlich von all dem, was man da gehört und gesehen hat. Wie bewertest du das denn jetzt, so anderthalb, zwei Tage später? Also gut, sie hat sich auch schon telefonisch wieder bei uns gemeldet. Aha, hat sie schon gemacht. Ja, hat sie schon gemacht. Ja, und wir haben uns auch schon wieder einen Termin ausgemacht für diese Woche, dass wir uns nochmal treffen wollten, einen Kaffee zusammen trinken nochmal. Ja. Dann nochmal vielleicht noch ein paar Stunden mehr Zeit nehmen für alles nochmal und alles nochmal zu besprechen. Was war denn das Interessanteste, was sie dich gefragt hat für dich? Ja, dass ich ziemlich zugenommen habe. Du hattest erzählt, dass du bei den Großeltern dann aufgewachsen bist, ne? Korrekt, ja. So war das. Und die Großeltern leben ja noch. Die leben noch, ja. Und da hatte ich ja so eine Vermutung auch formuliert am Freitag, vielleicht haben die das auch nicht gewollt, dass die Mutter an dich herankommt. Ist da auch was dran? Nee, das ist nichts von, aber die wissen auch nichts von, dass ich sie überhaupt getroffen habe. Ach, denen hast du es noch nicht erzählt? Nein, noch nicht, nein. Weil ich auch nicht weiß, ob sie da sehr begeistert von wären, wenn ich mit ihr Kontakt abnehmen würde. Mhm. Aber das werde ich auch noch machen, also. Ja, das musst du dann schon machen, das kann man ja nicht so heimlich. Nee, absolut nicht. Also irgendwas später wird es sowieso rauskommen, also. Nun ist deine Mutter ja dann auf einen Schlag Oma geworden, ne? So von einer Sekunde auf die andere. Wie hat sie das denn empfunden? Also, sie hat sich auch sehr gefreut darüber, ja. Aber ich habe mich auch gewundert, dass ich vier Geschwister mehr habe, also. Ich fände mir das völlig verrückt vor, sowas. Dann ist man wirklich, von heute auf morgen, ist man eine große Familie. Oh ja. Wenn sich jetzt alles gut entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Und es kann auch sein, dass ich mir schon ein paar unterwegs entgegengelaufen bin, dass ich sie nicht erkannt habe. Mhm. Was für einen Eindruck hattest du denn von ihrem Partner? Also, äh, auch einen sehr guten. Also, er ist Rechtsanwalt, das weiß ich. Und also, also, ich habe einen sehr guten Eindruck von ihm, also. Mhm. Also, ich könnte mir vorstellen, dass von deiner Mutter da, äh, wahrscheinlich auch als ihr dann weggegangen wart. Ja. Dass ganz viel in der vorgegangen ist. Das kann ich mir auch denken, ja. Einmal die Freude, äh, dich gesehen zu haben, dann die ganze Vergangenheit wird wieder abgespult sein in ihr. Vielleicht hat sie irgendwie gesagt, dass sie dennoch ein schlechtes Gewissen hat oder ein schlechtes Gefühl? Ja, also, sie, äh, hat wohl ein sehr schlechtes Gewissen gehabt, das habe ich wohl auch gemerkt. Also, äh, auch, sie war auch sehr zurückhaltend am Anfang erst. Mhm. Musste auch viel aus der Nase ziehen. Mhm. Ja, vielleicht, äh, werden da noch ganz andere Sachen zum Vorscheinen kommen. Ähm, wenn ihr euch jetzt öfters seht. Ich meine, man sagt ja vielleicht nicht alles in der ersten Stunde. Nee, klar. Vielleicht sind da noch viele Einzelheiten, die du, die für dich interessant sind, was sie erzählen wird von damals und von früher. Mhm. Auf jeden Fall, du bereust es auf keinen Fall, dass du die, die, die Brachialmethode angewandt hast? Auf keinen Fall, also, ich hätte gar nicht das da machen können, glaube ich. Meinst du denn, sie hätte sich von, von sich aus dann zurückgemeldet, wenn du einen Brief geschrieben hättest? Das weiß ich nicht, aber so wie sie sich gefreut hat, denke ich schon dann. Eigentlich schon dann, ja. Ja. Mensch, Daniel, das ist ja schon eine schöne, schnelle Rückmeldung. Ja. Das ist ja toll. Freut mich sehr, dass du dich nochmal gemeldet hast. Und vor allen Dingen freut es mich, dass du deine Mutter jetzt getroffen hast und offensichtlich das Ganze gut läuft. Ja, ich hoffe auch. Und ich danke dir für deine gute Sendung und für deinen guten Rat. Alles Liebe, dir und deiner Familie. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss, Daniel. Tschüss. So, ihr Lieben. Unser Thema morgen nochmal heißt, ich habe kein Mitgefühl. Und ich mache euch auch schon mal aufmerksam auf unser Thema am Donnerstag. Da ist das Thema nämlich Schweigen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die vielleicht mal in einem Schweigekloster waren. Mit Leuten, die gezielt etwas verschweigen müssen oder wollen. Oder vielleicht auch mit jemandem, der zusammenlebt, der aus gesundheitlichen Krankheitsgründen schweigen muss. So, aber morgen heißt unser Thema, ich habe kein Mitgefühl. Ihr könnt mailen rund um die Uhr oder uns ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch jetzt eine gute und schöne Nacht und sage Tschüss bis morgen. Bis zum nächsten Mal.